herzlich willkommen zurück das blutmond nachts mini bist du vorbereitet nein gut ich auch nicht die mauer ist zu flach wir haben nicht genug munition relativ schlecht ausgerüstet so ist es wir haben ja so ein paar aufgänge gestrickt dass wir auf der mauer können die erste welle versuchen wir so zurück zu schlagen dann ziehen wir uns aufs dach zurück und hoffen dass nur ein paar pro leiter hochkommt dann schaffen wir es mit bestimmt sehr witzig ich mich jetzt schon schlecht vorbereitet fühle so schlecht war man dran ehrlich das war so unwohl glaube ich auch wenn ich noch nie im blutmond reinigen da fand ich ja unsere wahl war ich mir beim ersten blutmond sogar sicherer den wir hatten an unserer kleinen hütte da in der wüste besser ist als das hier die beste ist halt ziemlich groß schaffst du nicht in den ersten sieben tagen alles verlangt die abzusichern sonst kannst du gar nicht looten und dann kannst du auch nichts bauen hast du keine waffen und dann naja gut wie das so ist pistole und boden ist ja angesagt und schrote habe ich noch im notfall die habe ich auch noch am start und natürlich meine gute knüppel wenn du den zücken muss dann laufe ich weg 14 mollis noch so fünf minuten ich hoffe wahrscheinlich kommen sie von anderen seite ich habe ich nicht doch hätte auf dem dach bleiben sollen oben aber ich habe gedacht vielleicht stehe ich hier wenn wir sie hier stehen kommen sie vielleicht von hier zuerst an das ist aber bonbon dosen ausgelegt für die zombies und freuen sie sich wenn sie was süßes kriegen ich sehe kann ich auch nicht also nicht von hier fürchte ich glaube sie kommen vorne ja kommen vorne ja sie kommen so von brücken mäßig vorne ganz eifrig krankenschwester hat natürlich auch den weg gefunden wo schon einer die spikes kaputt gemacht hat weil das ist ja einer stand und der erste wollte schon springt der vorteil ist vor der erste schon auf der mauer zweite sauer mauer ja auch vorne kommen sie durch jetzt schon ja die sind ja schon auf der mauer hier nächste nehmen ja auch schon das ist ja hier vorne sind ganz viele ja lauf in die spikes lauf in die spikes das mittige runde nicht mehr ja da ist doch wieder einer boah alter hier kommt ganz schön was an ich bin ja scheiße alter machen die minas lauf weg da muss schon eine pistole referent ich brauche mir mal lieber eben mal ein medikett rein mach das ich werfe mal einen molly runter wie war denn das mit dem molly werfen ja so muss mich mal zurückziehen glaube ich ja ich bin auch noch umgegangen nicht so cool ich werfe mal einen blick wo sie generell jetzt so sind sie scheinen nur an der mauer zu sein wie ich jetzt runter da ja sie prügeln auch nicht an der mauer ich bin ja eine bösen mark eine stunde ist das ja ein bisschen immerhin erste stunden haben wir geschafft muss noch ein bisschen warten im lupen ich möchte ja ich habe auch nur noch 114 schuss und der pistole 110 dann ist ja lichter sind die lichter aus sie kommen jetzt von der hinteren seite wo du sie es gewünscht hast könnte sich noch mal ein bisschen was bleibt mal hier runter hier haben sie schon ein loch in die wand geschlagen die spawnen bei mir auch noch naja Mutti ist auch mit am start volles programm hier scheu sieben ist weg ich habe probleme mit meiner pistole ist am arsch ich würde hier ein bisschen was kommen brechen hier ein bisschen durch fürchte ich habe auch nur noch neun schuss in der pistole ich habe auch nur noch zehn gehabt oder so an der seite kommen sie jetzt ein bisschen ich gehe nach oben aufs dach naja sind sie unten drin also ich gerade ja noch kriege ich es glaube ich hin ich hätte hier mal ein paar gebietsblöcke von dem vordach bauen sollen und nach oben kommt oh jetzt kann ich was zu tun smidi jetzt kann ich was zu tun die base ist kacke soll ja auch keine base für immer sein hauptzeit zünde mir hier nicht wieder an brennen sogar ein paar zombies nicht gut sehr schön zwei stunden haben wir rum ich finde es aber schon ein bisschen wahrscheinlich kommt gleich noch das dicke ende ist schon ein bisschen ruhig ne gerade es hört auch auf gerade guck es wird klar auf hast du bei die ich höre nichts mehr hier hinten sind sie noch am tor sechs stück noch wie komme ich wieder ein schwierig wahrscheinlich haben mich hat gerade hat sie ein bisschen aufgeklärt und dann dachte ich ja 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 noch der mann wir werden durch und jetzt wort sogar mal so rot und munition und ist ja schön passt hier vorne wo ich vermutet habe kann gar nichts ein bisschen ja hier so einer seite bei dem auch bei der hütte da ja ich glaube wir sind durch die von außen aus bei examen uns komplett kaputt gemacht jedenfalls an der seite an der mauer aber dafür war es da aber schon relativ knapp hier und da sind es schön durchgebrochen die schweine puckel ja aber gut wenn natürlich 17 man auf einem stück mauer rumkloppen ja aber ja die feuer die vordere front ist komplett leer handwaffen feuer und das ist gut für eine bessere pistole vielleicht irgendwann und zu ist hier gleich mal so ein säckchen jetzt schon gerutscht durch die spikes schmerzmittel ich glaube es war es vielleicht nicht so weiß ich ob es am level liegt oder im spielstadium dass wir jetzt nur so ein kurzen blutmann von zwei stunden gekriegt haben spielsteller und denke ich meine sondern ausrüstung ja das ist dann halt noch nicht so ist vom blutmund war ich glaube ich 32 oder so nicht mal 200 geht so was schon 257 also ich habe 199 sehr gut und über stund zwar gestorben musst du da jetzt noch mal drauf rumtreten nachdem du gerade die statistik erwähnt hast dachte ich mir das sollten wir nicht unerwähnt lassen ich finde schon das gehört sich nicht also es tut mir leid ja zweimal in sieben tagen das stimmt es gibt die leute die schaffen mehr gar keine frage so aber zumindest durch den blutmult übergekommen richtig das heißt ich wage mal rauszuhauen in zweitem blutmult könnten wir sogar ja noch abhalten ja klar wir müssen die wieder abbessern aber das müssten wir sowieso egal was passiert also von daher man bräuchte nur noch mal die spikes erneuern und die mauer muss auf jeden fall höher die mauer höher wenn es geht wenn wir das hinkriegen ich weiß ja nicht wie wir da bautechnisch was machen können aber ja bauer mauer höher die lücken reparieren und dann geht das eigentlich eigentlich kommt man so gut an der mauer auffallen wir bräuchten ja nicht nur halt viel viel mehr munition ist schon mal schön was habe ich denn noch ich habe tatsächlich noch fünf schuss ich hatte noch sieben hätte ich gerade nicht die kiste gefunden und schrofflinder habe ich nur ein paar verbraucht und auch nur ein paar mit der dingens und auch nur drei mollis habe ich geworfen es ging eigentlich oder natürlich das meiste darauf gegangen ist irgendwas anständiges gelootet also ich habe einen holzbogen und diese handwaffenfeuer teile und eine rohrbombe aber sonst munition da habe ich auch nicht gekriegt also 5 level habe ich dann noch gekriegt aber naja genau ja ich tatsächlich auch 5 level da muss ich mir auch noch mal in mich gehen was ich da jetzt noch mal genau lernen möchte ich habe da gerade eine spikes kaputt gehen ja irgendwas ist ja eben kaputt gebrochen habe ich auch gehört den bogen habe ich gar nicht geschossen ja nicht in diesem hätten wir noch was über das ist so war ja auch eigentlich nur gedacht wenn die pistole leer ist gerade sogar vielleicht gibt es ja bis bluten und zwei vielleicht auch mal ein gewehr für uns oder so und wir brauchen unbedingt ja ressourcen ohne ende und gute sachen halten oder wenigstens mal gewehr wäre mal cool dann wäre ich mal ein träumchen mal gucken was das krankenhaus sagt können wir in der nächsten folge machen kann man nicht machen oder wir fahren erst zum haus am see das können wir aus der neugierig trauen uns aufs rad geschwungen also immer noch schnell da richtig na gut ich dachte jetzt wird hier echt hart und knüffelig aber ich meine man muss auch nicht übertreiben wer weiß wie der nächste blutmond wird ich schätze mal wir sind tatsächlich durch dann würde ich sagen wir machen ein kurzes päuschen und sehen uns in drei stunden ungefähr wieder mal wieder flugtour gehen und das wohl durch sollte noch irgendwas passieren sind natürlich wieder da aber ansonsten bis gleich bis gleich 4 uhr 15 und der drängel arsch drückt um der rupe herzlich willkommen zurück was ist und wir haben den blutmond überstanden und schon geht es auf die nächste loo tour wie die sagt lass uns mal das haus am see angucken ich denke daran halt die augen auf blei blei auf jeden fall und kohle und nitrat ich weiß wo es hier in der nähe ist also das auf dem weg könnte man was sind eben hier rechts ist am ufer war ein bisschen was aber wir brauchen auf jeden fall blei ja ich hatte irgendwo schon wenig gesehen wir können wir den weg ein bisschen folgen müssen umgucken denkt dran vogelnestern wir brauchen eier was brauchen wir eigentlich nicht morgen ganz ziemlich so witzig wir müssen gleich links quer feld ein jetzt aber hier nicht die ballerei na klar ja ausfahren wird immer fahren dann geht es bergab naja wird ja ganz gut funktioniert Gut, ich klopf mal. Gucken ob ihr aufmacht. Klopf mal an. Ja, ein Geier. Hat da irgendwas rumgekaut oder was da? Ja, da war noch beim Frühstück. Ups, Anna. Hilfe. Das fies abgestürzt. Oh. Oh. Kann sich da kommen wir hin? Oh. Ja. Stimmt die bitte nicht. Beide der... Danke. Bitte. Die Falle der schon geschluckt hat. Ja, der war mir auch mal daneben gehauen, irgendwie ganz kurios. Oh, zwei Blaubeerkuchen. Oh, lecker. Ja. Kaffee und Yucatee. Kaffee und eine Melasse... Melasse Kaffee. Oh. Kürbissamen. Guck mal einer an. Sehr gut. Was ist denn jetzt schon wieder da draußen los? Hier ist ein Wand-Tresor. Ich habe keine Lockpicks dabei. Möchte ich auch nicht diesmal. Ich glaube wir können einmal offen rumlaufen. Ja. Aber ich fühl... Also hier als Base finde ich doch ein bisschen unsicher, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, das ist... Weil es ist ja alles nur Holz hier. Es ist ja... Naja, das kannst du vergessen. Ich meine sicherlich muss... hätte man da einiges bauen müssen. Ich fand es jetzt halt ganz cool mit dem... Mit dem Wasser, ne? Dass man da... Aber ich weiß nicht, wie safe man da tatsächlich ist. Und da durch Wasser laufen können, äh... Oder schwimmen, mehr gesagt. Aha. Wo ist denn jetzt? Oh. Machst du denn hier alles kaputt? Ich war eine Klappe im Boden. Die habe ich nur aufgemacht. Dann ist sie hier hin und her gebacken. Wie verrückt. So, machs gut. Ich fahre jetzt. Wohin? Wohin? In meinem Boot. Auf dem Barackenstuhl. Und fahre mal. Soll ich mir ja angucken, wenn du hier wegfährst? Sag mal, war das alles hier? War alles. Es sah, es sieht irgendwie ganz cool aus und all so ein Kram. Und dann ist nix da. So, ein Rucksack. Okay. Life... Lifebait. Oh, wir haben ja nix übersehen, ne? Nein. Öh. Oh, dann ist das so. Spielst du schon wieder ohne mich? Ja. Wo wollen wir jetzt denn? Wollen wir dann zu deinem rot-weißen Dürmchen? Und dann? Ja, lass uns da auch nochmal hingucken. Ich dachte ja auch, dass wir hier ein bisschen länger beschäftigt sind, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Habe ich ja näher gedacht. So geil war das nicht. Vielleicht sind wir noch ein paar Ressourcen unterwegs jetzt. Dann kommt man hier erst ja wieder. Wow. Das ist ja auch bescheuert jetzt hier, oder? Komm, lass uns hier zu Fuß. So, gleich hier am Ufer. Oh, jetzt reicht Banne hier. Kann ich auch durchs Wasser fahren? Das ist nicht. Ich auch nicht. Vielleicht brauchen wir gleich ein neues Fahrrad. Ah, ne. Geht. Du bist nass. Ja, fährt mit dem Fahrrad durch, ey. Jetzt sind wir doch bestimmt ein neues gebaut. Aber natürlich. Hey, du bist hungrig. Merkt das noch? Oh, Schatze. Ich bin jetzt hier. Wo du dich hier versteckt hast. Bin gleich nah. Aha. Wo du dich hier versteckt hast. Bin gleich nah. Aha. Das ist doch eh nicht. Nein. Jetzt will ich jetzt hier mal einen Bogen eindrübeln. Was gar nicht gegen geschieht hier. Oh nein. Guck dir im Fall nur da, ja. Doch. Okay. Warum treffe ich ihn nicht? Man könnte auch einfach den Kopf wegschießen. Nein. Angeber. Hast du ein Messer mit? Ich schon. Hier kannst du dich hier um die da kümmern. Aha. In dem Bogen bleibt mal den Kopf getroffen. Ich weiß gar nicht, was ich da wieder falsch gemacht habe. Wir haben wohl nie erfahren. Nein. Ich glaube immer noch ein bisschen Fleisch. Sehr gut. So, ist aber auch ein Türmchen. Ich dachte jetzt auch vielleicht so ein Militärbäht oder so dran. Oder eine geheime Raketenstation. Wunderbar. Wohnt schon mal wer drin. Warte mal was da drunter noch alles ist. Was oben ist. Das ist ganz aber erst. Ja. Wir mal reingucken. Gewohnten Bauarbeiter drin. Ja. Der ist wohl nicht so nett. Oha. Das hast du jetzt davon. Wenn man hier schießt. So, der stört mich. Was war es? Nur so ein Türmchen hier. Hier geht es doch irgendwo runter. Hier geht es doch irgendwo runter. 2,5 lass mich geraten. Mindestens. Ne, 300. Ne. Ne. Nix da. Geht es nicht runter. Bisschen an der Türschau. Ich auch. Oh, der Turm hier eigentlich. So habe ich ja irgendwie Samen zweimal gefunden. Weil da leuchtet. Da steht ein Licht. Ja. So ein Umklettern. 1000 hat er. Ich dachte mir. Vielleicht könnte man auch hier aber nach oben laufen. Leider abhacken. Und den nächsten Blut mund hier oben aus Harren. Was will. Oh, gut, dass du in der Lücke bist. Warte auf dich, dass du mir auf den Kopf rumstiefeln kannst. Oh, du musst da echt aufpassen hier. Da brechen wir doch wieder. Ich glaube, wenn du hier runterläufst, brauchst du auch keine Schiene mehr. Das kann natürlich sein. Da helfen die Schienen nicht. Wenn wir aber auch wissen, was da oben ist. Ich habe nur eigentlich Angst, die Gleiter wieder runter zu nehmen. Da haben wir so ein Geier. Das ist äh. Oh la Geier. Da mache ich dann Nestleer. Toll, wir Federn. Ich habe vorher mal ein Ei legen, du. Schön, guck mal da hinten. Meinst du das Rote? Ob es rot ist? Mh. Gut, dass du eine Tierung hast. Naja, ich erkenne das Gebäude ja. Das ist rot. Achso. Ne, das Rote ist. Ich habe aber noch ein bisschen viel Gamma, glaube ich, an. Das ist gleich den gleichen Gamma-Wert wie du. Ich weiß nicht, was du da machst. Oh, meine Hand ist gebrochen durch den blöden Geier. Oh. Und ich bin vergiftet. Ja, meine Hand. Hier oben ist ein Rucksack. Nee. Da drin sind zwei Dosen Lachs und einmal eine Dose Nudeln. Dafür breche ich mir die Hand. Man, die Aussicht? Die Aussicht ist cool hier oben. Ich habe Angst. Erkennst du das Gebäude jetzt, was die fahren muss? Mh. Ja. Ein Gebäude halt. Okay. Also, irgendwann springe ich mal hier runter. Das ist nur so just for fun. Das ist ja geil. Ich erkenne zumindest das Haus auf dem Berg, wo wir drin waren. Im Schneegebiet. Und das ist ja schon mal was. Na gut. Soviel zum Tömchen. Ja. Auch erklärt. Boah, ey. Da wird mir ja schwindelig hier. So schon. Hier wieder runter muss. Boah. Läuft durch den Schauer. Mein Rücken. Ist das hoch. Das stört mich jetzt nicht unbedingt. Aber wie komme ich jetzt hier runter? Wie ist denn das? Oh, jetzt habe ich es auch. Gott sei Dank, ey. Ich habe schon wieder Hunger. Aber ich habe hier gerade was zu essen gefunden. Ja eben. Ich habe tatsächlich auch Hunger. Aber. Ich muss wohl ein bisschen länger vorherrschen. Mal. So, jetzt habe ich es. Oh Gott sei Dank. Stehen die dicke Lampe hier unten hin. Weißt du, wegen den drei Sachen da im Rucksack. Also ich. Ja. Ich sage es dir. Schwer zu glauben für mich, dass das wirklich anders hier gewesen sein soll. Aber. Okay. Was sagt denn die Map? Wo sind wir denn hier überhaupt? Vor zum Schneegebiet. Wir könnten auch mal schnell zu dem anderen kleinen Gebäude. Das wird wahrscheinlich auch nicht viel sein. Hinradeln. Das liegt jetzt hier in der Stadt. Wie heißt sie? Genau so heißt sie. Das ist mein Fahrrad. Wollen wir einfach. Das wird mir angezeigt. Ach so. Ja stimmt. Das ist. Dann müssen wir einmal nur den Weg hier geradeaus folgen. Dann kommen wir hinten durch. Und dann sind wir dann durch. Und dann rechts. Und dann links. Links rechts. Und dann sind wir auch schon da. Alles klar. Ich fahre dir nach. Genau. Vielleicht kriege ich ja mal Honig aus dem Baumstamm. Ja. Schauen wir mal daaus. Ja. Ja, sicher. Ich haue die Luftloch und sie haut mir eins auf der Fresse. Ich habe auch keine Aussage, weil ich alles weggewadelt habe. Es ist ein Traum gewesen. wäre ich mal einfach dran vorbeigefahren. Ja, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Es wird schon auch nichts Wildes sein, aber es sah nicht ganz cool aus und haben wir wenigstens gleich mal drei enttäuschende Lootsachen abgearbeitet. Ja, stimmt. Zum Händler wollten wir noch eigentlich eine Quest gleich mit annehmen. Das war dann mal im Anschluss gleich nochmal. Hier ist zweimal Nitrat gleich und Kohle links von uns. Das ist das Beuchler, ja, wenn wir schon mal hier sind. Ah ja, hier ist ein Nitrat, ja. Das hier ist das, wie gesagt, jetzt nichts Besonderes. Er sieht aber ganz cool aus, fand ich. Ja, aber nicht, dass hier irgendwie Minen liegen. Aber das werde ich dann schon rausfinden. Dafür bist du ja da. Jo. Okay, das ist natürlich jetzt ja nicht. Er rennt sich nur zusammengeschraubt, dass du ganz eher... Was denn? Nur noch mal bitte was? Hallo? Das ist noch an sich zusammengeschraubt, aber ich habe ja gerade ganz... Moment, Moment, Moment. Du hörst mich nicht. So, jetzt höre ich dich wieder. Ich habe mal mit dir sprechen. Ja, Entschuldigung. Kopfberater haben gesagt. Verabend. Ich habe dir doch einen verpasst. Was du die ganzen Leute willst. Sogar Mutti ist auch nicht schritten. Mutti auch mal Zeit um die Zeit. Schon gleich 9 Uhr. Guck mal, was ist denn mit ihm hier oben eigentlich? Steht der bei dir auch so komisch? Der stimmt bei mir auch schon, aber Mutti ist schon da. Da schieße ich mir mal einen Sack raus. Mutti ist schon 2x2 große Dosen, 50 9mm und 25 67. Das ist ja nicht mal vernünftig. Mutti ein bisschen was mit sich rumgeschleppt. Hier liegt ein Schlafsack rum. Den ich aufheben könnte, den ich wollte. Wir haben einen gut verbarrikadiert, aber ganz ehrlich, so ein Blut Simon würde die Bude auch nicht aushalten. Da hat er nicht weit genug gedacht. Und zwar ja, Football. Ich habe mal einen Sack gefunden. Oh, hier sind ein Hase. Wir waren Hase. Ich hätte hier... Guck mal hier in die Mülltonne dann. Achso, wo bist du denn? Ich habe den Hasen beseitigt. Was hat hier so gekratzt? In die Mülltonne? Ein Hai nun, Band 3. Sehr schön. Waren zweimal drin. Wo warst du schon? Oh, 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 oh. Oh. Da greift er doch mal schnell zur Schrute. Ja. Oder einer hat keinen Kopf mehr. Durch den hier habe ich mal einen Platt durchgeschossen. Aber er hat sich immerhin selbst in Brand gesteckt. Na gut, auch das muss man können. Du kannst es ja. Ich kann es ja. Das muss wohl bei mir geleert haben. Hat dich noch nicht wiedererkannt gerade. Guck mal, hier ist noch eine Kiste für dich. Das war es dann auch schon. Schamboi. Vier Dosen Schamboi. Naja, von allen Sachen, die wir gelootet haben, war das, dass ich das Beste heute. Tausend hat die Bude hier. Soll ich mal schraubt mal das Beste ausmachen, ne? Raumfehler nicht. Ja. Werden wir auch um die Sonne dann auch mal brauchen, bald. Gehen wir mal die Drahtklopfen vor der Tür. Ansonsten, ähm... Woanders. Ich habe das doch gesehen. Die ist noch eine Handtasche hinterm Bett. Die ist auch leer. Nicht zu glauben. Okay, dann schaufel raus. Ich schaufel hier noch ein bisschen rum. Wo waren die Doppel-Nitrat-Geschichte hier draußen? Beim Fackel an. Aus der Richtung, aus der wir gekommen sind. Ja, ich habe es gefunden. Alles gut. Gucken wir mal nicht mit dem Turm klar, da. Dass da nichts weiter war. Und ich komme nicht mit dem Haus am Segler, dass da nichts war. Also, äh... Oder doch, was war, dann wird es ja mit Sicherheit in den Kommentaren stehen. Wiegt man im Zaum vorhin, ja? Ähm... Hier ist ein kleiner Zombie auf dem Marschgau, ne? Brauchst du Hilfe? Hm, ich denke nicht. Ach, Bescheid sind so weit. Also, nicht erst wenn du tot bist, sondern vielleicht schon ein bisschen eher. Alter, ich habe jetzt, glaube ich, drei Pfeile an dem Dicken vorbeigeschossen. Und der ist wirklich dick. Und der steht zwei Meter vor mir. Oh, ich habe schon wieder auch mal. Oh, eine gute Börse. Und dann waren jetzt auch eine Suche und Gehalt voll, ne? Ne, ne, da ist nicht viel dran. Na, ich habe mal einen Headshot verpasst. Ich muss doch lieber eine Armbrust haben, bitte. Also, wenn du so weit bist, du kannst dich ein bisschen wegrahmen, dass ich tiefer komme. War das ja cool. Ja, das kann nur ein bisschen dauern hier. Das ist eben ein Bogen, die Zombies hier erledigt haben. Ja, lass dir Zeit, es ist ja auch erst zehn. Ah, gut, warte, ja, ich komme mal. Mal gucken, ob es hier noch irgendwie Kohle gehört. Was ist eigentlich in einem roten Fass da oben? In dem war nichts drin. Ein bisschen, das andere, da runter kannst du looten, aber da war auch nichts drin. Was lass ich denn mal hier. Wo bist du denn? Ach, da. Ich bin nicht, du musst einmal, ja genau, da, wo die Löcher sind. Ja, dass ich ein bisschen tiefer komme, genau. Bisschen links und rechts, was weggraben, dass ich da ein bisschen tiefer komme. Das Besuch. Na? Klaus mir aber hier, mein Zombie, weg. Tut mir leid. Oh Gott, ich glaube, jetzt komme ich auch nie wieder raus. Oh, ne Schaufel. Komm hier auch nicht. Jetzt müsste ich auch mit Schaufel kommen, um hier tiefer zu graben. Aber ich weiß ja jetzt Gott sei Dank hier bei der Hütte, dass es hier das Zeug gibt. Hilfe. Meine Schaufel ist kaputt. Ah, herrlich. So, dann würde ich mal ganz klar sagen, meine Freunde der Pflichten, Minenbau-Unterhaltung. Ich mache mal lieber schnell Schluss. Was muss ich hier rausklopfen? Ach, Gott, das will. Ich glaube, ja, wird schon gehen. Deswegen wollte ich nicht in das Loch. Pass auf, es ist ja auch hier reinfilzt. Ich finde, ich steckste drin. Ja, so. Ich habe schon wieder Hunger. Also, immer noch. Dann komme ich mit dem richtigen Hunger gar nicht weg. Oh, ich komme nicht raus. Wenn ich jetzt nochmal runtergehen, abklopfen. Ein bisschen. Kannst du gerne machen. Ach so, warte mal. Hier. Rechtsklick und dann entfernen. Auf der Karte anzeigen. Wegpunkt verfolgen. Und da haben wir Teilen. Verbündete. Jetzt müsstest du ihn sehen. Ja, sehe ich. Sehr gut. Das heißt, hier ist Blei. Und dann markiere ich nochmal den anderen Blei. Dann sehe ich das auch wieder da hinten nicht. Und das nochmal suchen muss unter der Erde. Ja, ja. Also Zelte sind Ressourcen, ja? Zelte nehmen wir mal als Ressourcen, ja, genau. Ich mache hier mal hier in die Mitte. Dann denke ich mal, dürfen wir es wohl finden. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Läuft ja so langsam. Jo. Krankenhaus, willkommen. Ja. Ich glaube, da sollten wir auch demnächst mal drangehen, ne? Aber vorhin müssen wir dann eh nochmal nach Hause. Alles weggebringen. Ja, alles weggebringen. Wir brauchen eh den ganzen Tag. Ich weiß nicht, ob wir da... Vielleicht, äh... Oh, guck mal, jetzt habe ich noch was entdeckt. Noch zweimal Blei ist hier. Mensch, komm. Ich bin ja begeistert. Okay. Da ist auch noch mehr Metall. Da ist auch noch mehr Metall. Sehr gut, sehr gut. Ich markiere es mal. Ja, ja. Markiere alles. Was soll's. Wenn wir... Jetzt haben wir ja Master of Disaster am Boden hier. Was macht der denn mit dem Baum? Umarmt ihn. Er mag den Baum. So, äh... Danke fürs Zusehen. Bis... Bis zum nächsten Mal. Seven days to die. Hängt an Daumen, Kommentare und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Äh... Oh, Rüder. Oh, 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 oh. Was ist... Oh, 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 oh. Gerade gesehen den, ne? Was denn? Jetzt ist es weg. Ich bin gerade, äh... Wie in die Luft gefahren. So zehn Meter hoch. Oh, mein Fahrrad liegt auch in der Luft. Na, stimmt. Hallo, Fahrrad. Aber gut, dass du auch in der Luft aufgestiegen bist. So. Macht's gut. Tschüss, Ken. Ciao.